was geht ab meine freunde damit herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir leute ja wir waren bei rwe jetzt kommt die siegesfeier und noch ein paar andere videos bilder wie gesagt unter der woche kam ja schon video online deswegen könnt ihr auch gerne diesen kanal abonnieren weil es kommen jeden sonntag erstens ein video online und zweitens jetzt kommen ein paar projekte und zwar papageien und terrarium jawohl nein aber wie gesagt sei darauf gespannt jetzt habe ich schon gesagt papageien kommen das wisst ihr aber vielleicht habe ich schon egal ihr wisst noch nicht welche seid darauf gespannt und let's go ich bin ich bin ich bin ich 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 Spritzenreiter Das hätte keiner mehr Das war's. So, jetzt gehen wir. Die kommen nicht mehr zu uns. 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 Die kommen nicht mehr zu uns.